Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ja, man hört es an meiner Stimme, ich bin noch etwas erkältet. Aber ich hoffe, dass es zum Wochenende besser wird, denn wie Sascha von selfbio.de schon angekündigt hat, wird es am Wochenende ein YouTuber-Treffen geben mit einem Livestream in Rommerskirchen beim Ralf im Garten. Ja und auf jeden Fall hoffe ich, dass ich bis dahin fit bin. Also jetzt gerade aktuell regnet es, deswegen bin ich im Folientunnel. Ich hatte schon vor ein paar Tagen gesehen, dass einige Tomaten reif werden, die werde ich jetzt auch nochmal pflücken. Ansonsten, wenn ihr ein paar Ideen, Anregungen habt, beziehungsweise Fragen an Ralf habt, die ich ihm stellen soll, dann schreibt es auch unten gerne in die Kommentare, dann würde ich das ein oder andere auch vielleicht am Samstag oder Sonntag auch machen. Ja, ansonsten geht es jetzt zum Ernten und danach gleich wieder nach Hause, schön ins Bett legen, Tee trinken und erholen. Ja, einige Tomaten sind schon reif hier. Die erste Sorte ist die Red Zebra, geschmacklich leider doch nicht so der Knaller, wie ich finde. Dafür sieht sie optisch sehr schön aus. Und im Hintergrund dann die Sorte Cornabelle, eine spitze Fleischtomate. Die habe ich noch nicht probiert, das werde ich aber heute machen. Da sind auch schon einige rote Früchte dran. Und laut Sortenbeschreibung soll sie auch gar nicht mehr rötlicher werden, sondern immer nochmal so einen leichten Gelb-Grün-Touch haben. Auf jeden Fall werde ich die jetzt erstmal ernten und dann im Hintergrund habe ich schon gesehen, dass einige Chilis schon wieder reif sind. Die kommen dann auch nochmal gleich hier in die Schüssel. Die kommen dann auch wieder in die Schüssel. So, ich denke mal aus den Tomaten werde ich irgendwie eine leckere Soße kochen und jetzt geht es an die Chilis. Die kommen dann auch wieder in die Schüssel. Ja, die Schüssel, die ich von zu Hause mitgenommen habe, die ist einfach so klein, wie man hier sieht. Und ich habe auch noch reichlich reife Chilis an den Pflanzen dran. Ja, ansonsten steht diesen Monat noch die Süßkartoffelernte an. Zuckermais soll noch geerntet werden. Ich habe noch vorne im Garten weitere Chilis und Buschbohnen. Der Hitroponik-Salat, der braucht noch wenige Wochen, dann ist der auch soweit zum Ernten. Ja, ich hoffe, dass es nächste Woche mit der Gesundheit wieder besser geht und ich dann wieder reichlich Videos für euch produzieren kann. Und ja, vergesst unten in der Kommentarbox nicht eure Fragen hineinzustellen, die ich dann den Ralf oder auch dem Sascha oder vielleicht sogar einen anderen Garten-Youtuber dann halt fragen könnte. Ja, ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen weiterernten. Dann geht es nach Hause. Ich ruhe mich noch ein bisschen aus und vielleicht wird heute oder morgen nochmal dann noch eine schöne Tomaten- oder auch Chilisauce gekocht. Und ja, ich würde sagen, bis demnächst, Leute. Tschüss.